Zusätzliche Richterstellen bedeutet natürlich vor allen Dingen, dass wenn ich Ansprüche habe, die ich vor Gericht durchsetzen möchte, dass ich die schneller durchsetzen kann. Und umgekehrt, wenn ich Opfer einer Straftat geworden bin, dass der Straftäter schneller eine starke Antwort des Rechtsstaats bekommt. Insofern hat es eine befriedigende Funktion für unsere Gesellschaft und im Grunde genommen, das muss man ja auch sagen, ist die Aufgabe des Staates, die wichtigste Aufgabe des Staates, für äußere und innere Sicherheit zu sorgen. Und diesem Anspruch werden wir mit dem Pakt für den Rechtsstaat gerecht.